herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge dead by daylight heute ist die hexetrad mit ihren drei perks und auf der map habe ich glaube ich noch nie gespielt das könnte interessant werden da die map insgesamt nicht so groß ist und ich addons dabei habe mit denen ich mich weiter teleportieren kann zwar nur geld das gelbe ich weiß nicht wie viel einfluss es da haben wird aber ich habe das gefühl mich oft teleportieren zu können und ich habe festgestellt dass die hexe tatsächlich sehr sehr gute perks hat so ihre eigenen perks also ruinen aufgezählte hoffnung super oha das ging schnell egal ich platziere mir hier ein paar fallen versuche mir ein bisschen meine totems zu sichern hallo bill einmal und er ist jetzt blind und das ist auch ziemlich stark muss ich sagen ach da ist hoch gegangen nee der sind rausgegangen da höre ich ihn doch und ich habe ihn damit hängt er erst am haken was gut ist denn die haben ja auch schon generator fertig hier wird eine neue falle platziert vors totum kommt dringend wieder eine falle und dann an den generator hier kommt eine falle kann ich hier mitten in den weg legen die werden auf jeden fall durchlaufen ich wollte eigentlich david treffen so was machen wir jetzt hier mein lieber zweiter oh hoppla das war so nicht geplant der zweite generator ist schon fertig hallo lori bei dir kann ich natürlich auch sehr gerne bleiben wieso fehlt bei dem totem die falle ich glaube die haben einfach die falle nicht gesehen das totem nicht gesehen ach verflucht ja ich glaube da ist der guten lori ist gleich schon passiert wie mir so da haben wir auch direkt einen haken da vorne hat es aus irgendeinem grund geknallt vermutlich ist es bei der heilung passiert der ist schon wieder bei null hallo david so sieht man sich wieder aber jetzt habe ich leider keine zeit gehabt eine falle vor lori zu legen aber dafür liegt jetzt ein zweiter überlebender was ich auch in ordnung finde aber david kriegt eine falle ich habe da rechts jemanden gesehen äh bill hallo oh er hat dead heart dabei interessant so so nicht meine freunde hallo so bis auf die red sind jetzt auch alle blind stimmt und dass sie blind sind ist ja auch ein totem das heißt ich habe ja noch ein drittes das ich beschützen muss theoretisch aber bis jetzt haben die noch gar keins oh der dritte generator ist schon fertig ich glaube das ist ich habe irgendwie das gefühl dass es claudette ist die kann hier so ganz unbeschwert ihr ding durchziehen die palette da ist ja lori schon wieder ja wo ist die ach da hi einmal und da habe ich dich direkt vorm keller sehr aufmerksam oh und du willst alles aber nicht gegen die hexe im keller sein lori das sieht schlecht aus für dich na platz siehst du die falle danke so der keller ist definitiv abgesichert ich muss jetzt aber trotzdem ein bisschen gas geben denn wie gesagt drei generatoren fertig sind mir definitiv zu viele da sind rennspuren bill es ist mal wieder bill einmal aber hier ist da war jemand im schrank der wollte oh verdammt der wollte mich glaube ich ärgern die ist tot wie auch immer ich den eben getroffen habe keine ahnung aber wir haben den ersten toten wir haben den zweiten toten das gibt mir jetzt auf alle fälle mal ein bisschen zeit und da ist das erste totem zerstört und ich habe erst zwei tokens für aufgezählte Hoffnung fällt mir gerade mal so auf das geht alles besser hier eine neue falle hin drei habe ich noch das heißt an den generator kann auch eine die palette hier kann weg das ist ein fertiger generator da oben war ich noch gar nicht ich lege erstmal an die an den generator hier noch eine falle und dann gehe ich mal nach oben ich habe nämlich noch genau eine falle übrig die kann in den generator da oben und dann der generator da oben wird auch schon gemacht ja 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 da muss ich mal schnell dazwischen funken oh nein so David ich lege erstmal eine falle hin und dann gehe ich mit David suchen und da muss ich mal gucken wo zur Hölle Claudette ist die habe ich noch überhaupt nicht einmal gesehen bist du etwa in diesem Schrank hier hallo so mein lieber David Keller ist auch schon da bringen wir dich doch mal hier runter und da hinten müsste dann auch Claudette sein okay die weiß auf jeden Fall dass sie über die Fallen drüber schleichen kann sonst hättest du die nämlich ausgelöst da haben wir sie doch hallo Fräulein kriege ich dich auch mal zu Gesicht wird ja auch echt mal Zeit Paletten hast du hier keine mehr der Tat hast du aber okay dann sei halt da oben dann mache ich die Palette weg ja die wird jetzt gleich da drüber springen ja jetzt muss ich da hindern ah dass sie nochmal da hochkommt wo sie mich irgendwo looten kann und B dass sie die Luke findet oh Gott ja hab's erwischt sehr schön das ist doch schön und da unten müsste auch direkt der Keller sein wobei mir jetzt absolut jeder Haken recht ist da ist der Keller rein da runter mit dir in die Keller fallen Haken Taktik Rettungsaktion Unterbrechung ja ist nicht aufgegangen weil einfach im Keller niemand gerettet wurde keine Ahnung ob es Absicht war ob die wissen was da passiert oder was aus dazu kommt finde ich die Luke noch ja kann ich es auch noch zumachen ja das habe ich noch hingekriegt okay das war die Hexe Hexe funktioniert ganz gut mit ihren Perks und dann geht's beim nächsten Mal mit dem nächsten Killer weiter ich hoffe euch hat die Runde gefallen wenn ja zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben lasst ein Abo da wenn ihr mehr von der Padele erzählen wollt schreibt mal eure Meinung zu dieser Runde in die Kommentare und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal haut rein bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal